Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Let's Play Force und wir zocken, bzw. ich zocker, äh, The Last of Us und das im Verhörmodus. Ich kann euch jetzt schon sagen, das wird hier ein Massaker, denn die Gegner hier, ja, sind Level 200 und noch was und das wird jetzt einfach nur eine hässliche Runde, das weiß ich jetzt schon. Deswegen gehe ich wirklich auf Distanz und werde nur ein fräger Camper sein. Nein, wie gut war der denn? Ja, irgendwie, weil er so eine alte Best, mal schauen, was er ist, hier Distribute, Irgendetwas und ja, Level, nee, komm, der ist gar nicht so hoch als Level, aber trotzdem. Wie wir sehen, die Runde fängt schon ziemlich hässlich an. Aber was will man ja dagegen machen? Eben, gar nichts. Versuchen wir uns zu revanchieren. Was soll die Scheiße, Alter? Hauptsache, ich sitze voll Rohrein, diese Idioten hier. Ich brauche Deckung. Alter, hier brauche ich mir nicht. So, aber jetzt, Alter, jetzt mal fertig, Alter, ich fick die Soße von weg hier. Ich kann ja nicht angehen hier. Ich soll nur drauf gehen. Ja, allesamt. Aber ob das so eine gute Idee ist. Ich weiß es nicht. Ich werde aber trotzdem hier jetzt lang gehen. Alter, Vater, was ist das für eine Scheiße? Danke für die Hilfe, Marcel. Na klar, deine Mutter, Alter, deine Mutter. Alter, was ist das schon wieder? Wenn es nicht hoch und ich könnte schon wieder heulen. Na klar, der schießt mit einer Schrot, auch wenn es nur diese kleine Dingsbelicht ist. Trotzdem war es trotzdem nicht rot. Wenn ich hier runter springe, einfach breche mir nur nicht. Aber ansonsten... Und mach mir dann eine kleine Rauchbombe. Fertig. Los geht's! Fertig, los geht's! Atme weiter, ich bin hier! Ich sehe nichts! Ich sehe nichts! Ich bin verletzt! Halt, 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 halt! Halt, 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 halt! Halt, 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 halt. Ganz genau, was hier dort im Versteck ist und schlagt dir die Bünder ja. so, die Runde scheint sich ja hier zu wenden. Ich hab das Ding. Oh ja, ich hab das Ding und ob ich es hab. Hier hatte ich ja jemanden getötet. Hatte nichts hinterlassen. Ich hatte einen verhört. Verhört. Oh, so geht das. Ich muss das hier wieder dasselbe, Alter. Nein. Nein. Haben wir uns gegenseitig eliminiert. Alter, die kommen. Ich glaube, ich renne lieber hier weg. Beziehungsweise ich strieche hier weg. Nein, nein, nein. Okay, ich bin tot. Besser als verhört zu werden, Alter. Und mal schauen, was können wir hier basteln oder so? Nicht. Aber ich kann ja hier... Das... Eine Flinte. Vorsicht, Mann! Aber wir haben doch... Ich kann mich nehmen! Nein! 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 Nein, hinter mir. Zwei Stück, Alter. Zwei Stück hinter mir. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Zwei Stück hinter mir. Das darf nicht sein. Zwei Stück hinter mir. Das war jetzt hier wieder. Aber so. Wir holen jetzt erstmal hier wieder eine Kiste. Und basteln. Oh ja, diese Kiste mag ich am liebsten, wenn es so richtig voll ist. Klinge können wir nicht. Das auch nicht. Das nicht. Aber da können wir uns ja eine machen. Vorsicht. Ein Eindringling tot. Nein, was ist das für eine Scheiße, Alter. Was ist das nur für eine Scheiße? Ach, Alter. Hörter! Boom! Bin verletzt! Ein uniformierter Tod. Na los! Ah, Mist! Hab ich hier nicht! Hauptsache, ich hab ihn. Wenn du mich jetzt hier heilen würdest. Einen Moment noch! Ich helfe dir! Nein, 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 nein. Ja, der Neonator hat uns in eine Gruppe eingeladen, weil er jetzt hier online ist. Aber ich mache die Runde fertig. Ich werde jetzt nicht hier... ...die Runde abbrechen. ...die Runde abbrechen. Auf keinen Fall! Wo sind die Klinge? Wo sind die Klinge? Nein! Was für ein Wuren, so ein Aalt! Hab ich mich jetzt erschrocken. Ähm... ...der Sapermex... ...nicht denn getroffen! ...250. ...dass wir es lang. Aufpassen! ...bei der Träger hat uns hier müssen. Ja, der ist tot! Wunder gut, dass ich da mal so... ...rumsnipe... ...Pemex, du bist drauf. ...Gleich der Nächte! Alter, du bist draufgegangen. Verstrengter! Ausräuchern! Alter, hab ich mich selbst verraten. Was ist das für eine Scheiße? Alter, Vater, deine Mutter Pemex. Sie pümmelt in der Hölle und lutscht mir den Schwanz. Lalalalala. Kennt ihr das Lied nicht? Ja. Kennt ihr. Bestimmt. Okay. Da, ein Versprengter! Ich brauche Hilfe! Habt ihr jetzt was dran? Nein! 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 Ich werde dich nie wieder winken. Pyrrhus Original. Du bist die Besucher. Ja! Steh mich drauf! Wirf ne Bombe rein, du Idiot! 800 für das hier aufleveln. Schaff'n wir das! Aber ich glaub' wir gehen eh drauf hier. Ey, das war hier wirklich. Ah, den müssen wir jetzt Da ist einer Danke Ich wusste es doch Hatte ihn ja gesehen hier Mit meinem geilen Modus hier Ich muss hier unsere Klinge Fertig machen Zwei schöne Mordtopf-Cocktails Andererseits ist er am Feld Raun kauen Raun kauen Wo sind die jetzt? Taidien und das müssen wir Die haben mich erwischt Nein, scheiße Mist Ausräuchern Na klar doch, weil er eine Mutter So im Pimmel ist Aber wir haben jetzt Ja komm, den Revolver machen wir noch Alter, ich hätte mir die Rüstung Besser machen können Vorsicht, er hat ein Gewehr Da wird ein Sniper-Duell gemacht Nein, was macht der wieder hinter mir Wenn das wieder dieser Permex ist Na wer denn sonst Wer denn sonst Kotzen, das könnte ich im Moment Töte ihn, der ist doch da reingekommen Ja Einer tot Einer tot Und ich töte dich Weil ich dich mag Okay Mal schauen, was wir da drinnen finden So will ich nicht wieder getötet werden von hinten Nee, das will ich haben Miami B Schreckt das Dieser Permex hier Irgendwo wieder Zack Zack, in den Rücken rein Oh man, danke Nein, von hinten Alter Mist, bin getroffen Schatz Ich halte mit MG Natürlich gar nichts Kollege Das war's mit unseren Let's Play Und ich war letzter Platz Obwohl ich zwei Verhöre gemacht habe Aber was will man dagegen machen Ich mein, guck mal MG ins Gegner-Team Alles leveln hier 200er Naja Was will man dagegen machen Ja, Teile Geil Und ich würde mal sagen Bis zum nächsten Mal Denn die Leute Hier Neo Panos Und Snickers Warten Zum Let's Play Bis zum nächsten Mal Leute Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin